Hier haben wir schon vor zwei Wochen Dahlien in Erde gelegt. Hier haben wir einen beheizbaren Tisch, das ist eine elektrische Fußbodenheizung. Und dasselbe Schema, fünf Zentimeter Erde, die Dahlien eingepflanzt. Also man sieht, es sind jetzt nach zwei Wochen schon schön Triebe da. Die sind jetzt bald zu stecken. Und hier auf diesem Tisch haben wir 65 Sorten. Bei Dark öffnen wir hier immer die Folie, damit das auch ein bisschen abtrocknen kann. Und am Abend ziehen wir die Folie dann wieder runter. Und wir haben ein kleines Geingehmer, einen Dundel im Dundel. Vielen Dank.